Drei, zwei, eins, go! Boom! Drei, zwei, eins, boom! Hi Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf unserem Kanal Gokkel Gaming. Ich bin Seolivi und heute gibt es eine weitere Folge Brawl Stars! Ah ja, okay. Hi Leute, da bin ich nun. So, jetzt bin ich da. Ich habe gerade ein bisschen mit dem Soundboard rumgespielt. Ja und Leute, heute gibt es wieder eine Folge Brawl Stars. Und zwar werden wir uns heute den Brawl Pass gönnen. Oh mein Gott! Let's go! Und zwar haben wir 166 Gems und man braucht 169. Was sehen meine Augen da? Ach, das sieht doch schön aus, ne? Ja, das werden wir uns jetzt gönnen. Drei, zwei, eins, boom! Ach, das sieht so schön aus. Gut, dann haben wir das. Und jetzt haben wir 176 Gems und können uns den Brawl Pass holen. Oh mein Gott. Ah, das hat ihr gehypt. Drei, zwei, eins, go! Boom! Erstmal ein Screenshot. Ah, war vorbei. Egal. Ja, richtig, richtig geil. Ja, wir werden uns jetzt mal hier die ganze Belohnung abholen. Aber erstmal werden wir uns, erstmal werden wir uns hier den Star Poco abholen. Poco Star? Okay, nice. Das ist auf jeden Fall ein richtig nicer Skin für Poco. Und den wählen wir jetzt gleich auch mal aus. Das ist mein erster Skin für Poco Locko. Probieren wir gleich auf jeden Fall mal aus. Dann würde ich sagen, ja, komm, wir probieren das jetzt mal eine Runde aus. Ich muss ja eh noch eine Runde hochspielen. Und was haben wir denn heute für Quests so schönes da? Äh, Juwelen. Dann machen wir doch einfach mal Juwelen. Let's go! So, ich bin gespannt, wie der... Ich weiß nicht, ob der Skin Effekte hat. Ich glaube... Na, keine Effekte. Oder? Ich glaube nicht. Keine Effekte? Das wundert mich aber. Keine Effekte? Ich glaube nicht, oder? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es wisst. Nein, Lost von mir. Lost von mir. Das sieht gar nicht gut aus, du. Ach, du lieber Hansi. Oh no. Ach, du Scheiße, du hast knapp. Lost. Ah, was ich noch nicht gemacht habe, gleich erst mal unseren Namen ändern, ne? Uuuuuh. Artblade. Let's go. Okay. Ja, wir werden heute, äh, jetzt mal als nächstes den Namen ändern. Oh lol, sogar zwei Quests. Ja, das Name ist schon geändert, ne? Ah, nicht Namensänderung, sondern... Was nehmen wir denn? Ich glaube, wir nehmen... Nehmen wir das? Oder das? Ich glaube, wir nehmen den hier. Wir leuchten dann. Lila, nein. Wie sonst? Das ist übrigens gerade mein Hintergrund. So, wir holen uns als nächstes Colette ab. Ah, ne, komm, wir holen jetzt erst mal das Pin-Paket ab. Und? Das ist mein erstes Pin, weil es geht, Sprout und Rico. Nice. Ja, kann man nochmal machen. Ist hier noch ein Pin-Paket? Äh, ne. Kommt später, glaube ich, noch eins. Dann holen wir uns jetzt Colette ab. Achtung, drei, zwei, eins. Boom! Nice. Alles klar. Auf jeden Fall eine lange Animation. Erstmal Screenshot. Nice. Gut. Richtig, richtig nice. Jetzt holen wir uns mal zuerst die Pins ab für Colette. Die kommen ja erst nach ihr, ne? Ja, hier. So. Den Pin. Den traurigen Pin auch nochmal. Dann haben wir noch den, mit dem Buch. Und das war's bis jetzt. Die 100 Powerpunkte gehen natürlich auf Colette. Und ja, ich würde sagen, wir öffnen erst mal die Boxen. Mega Box. Drei verbleibende Gegenstände. Ist das was, warte, ist das was Neues? Ich weiß nicht, ob das was Neues ist. Doch, es müsste was Neues sein. Ja, das ist was Neues. Colette. Search. Und Get it for Gale. Nice. Das ist auf jeden Fall sehr nah. Nice. 100 Münzen, 100 Münzen. Wir holen mal schnell die Münzen ab. Und nochmal 100 Münzen. Und nochmal 100 Münzen. Und nochmal 200 Münzen. Ja. So sieht gerade mein Account aus. Auf jeden Fall schon sehr solide. Ich, ja wir grayen jetzt erstmal Colette auf. Gut. Und jetzt geht's weiter mit der großen Box. Das ist nichts Neues. Nochmal 50 Powerpunkte. Gehen auch auf Colette. Große Box. Oh, du einer. Und noch eine Mega Box. Komm, bitte lass deine drei stehen. Ach, schade. Mann. Jetzt aber viele für Search, bitte. Ah, ja. Ist okay. So. Nochmal eine große Box. Und. Ach. Mann. Ist ärgerlich. 100 Powerpunkte. Gehen auch auf Colette. Definitiv. Und. Ah, ein bisschen haben wir noch. Noch eine große Box. Let's go. Schon wieder nur zwei. Aber ein Markenverdoppel. Das ist auf jeden Fall nice. Wenn Boni kommt, weiß man ja eh immer eh. Es kommt auf jeden Fall ein Markenverdoppel. Das ist immer lustig. Ja. So. Und noch eine große Box. Schon wieder zwei. Also jetzt in der. Ist glaube ich die letzte, ne? Nein, ist noch nicht. Dann öffnen wir zuerst die große Box. Und. Nur eins. Jetzt. Jetzt muss aber drin sein. Jetzt müssen deine drei stehen. Ansonsten weiß ich auch nicht, was mit meinem Lack ist. Let's go. Oh, 57 für Colette. 96. Ich hab mehr Powerpunkte gezogen, als der ohne Einführerbleibende Gegenstand. Und das nächste ist. Final-Knall von Penny. Geil. Geil. Geile Star-Power. Geile Star-Power auf jeden Fall. Ja. Ich denke, das ist eine richtig coole Star-Power. Auch für Belagerung. Kann man die richtig gut verwenden. Und wir sind durch. So. Dann gucken wir mal. Dann testen wir jetzt mal aus. Und zwar würde ich sagen, zuerst. Ja. Erstmal upgraden. Ne? Nach Gott. Nach Powerlip. Ich hatte nach Powerlip. Mann! Ich hatte nach Powerlip. So. Colette. Warte. Was ist nochmal das Gadget? Nächster Schuss. Ah. Okay. Das kann man sich mal gönnen, ne? Ja. Nice. Das können wir auch für Klett. Klett. Für Klett direkt das Gadget ziehen. Lohnt es sich hier? Ich glaube, das lohnt sich nicht so. Hier haben wir alle. Ich glaube, wir upgraden nochmal einen. Den können wir nicht mehr upgraden. Hm. Oder warten wir. Oder schalten wir noch ein Gadget frei. Wer ist die Frage? Da kann ich auf jeden Fall upgraden mal. Ja. Ja, komm. Wir powern mal die unteren hoch. Ähm. Was machen wir denn mal? Ich glaube, wir machen mal Jackie. Und dann haben wir ihn nicht mehr gemacht. Ja. Okay. Gut. Dann. Äh. Gail würde ich jetzt wahrscheinlich nicht eher ausprobieren. Aber Penny auf jeden Fall. So. Let's go. Haben wir gerade den Belagerung? Das wäre natürlich optimal. So. Ja. Perfekt. Gut. Dann starten wir mal in eine runde Belagerung. So. Ich bin echt gespannt. So. Wir haben... Oh. Zwei Pfeffer. Okay. Wie habt ihr jetzt nicht gerechnet, ne? Ja. 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 Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Egal. Mal. Macht doch gerade gut Schaden, das Geschütz, ne? Yo. Das hat gerade glaube ich Finalknall. Lost Sprout. Schade. Aber doch. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Okay. I'm the best. Okay. Nice. Wir haben gewonnen. Ich habe mal in meinem Geschütz regelt. Boom. Nice. Easy. Peasy. Und jetzt kommen wir zum Highlight. Jetzt wird mit Colette das erste Mal gespielt. Komm, wir spielen. Ja, komm, wir spielen mal. Triple the Gubbel. So. Richtig, richtig nice. Okay, Colette ist auf jeden Fall. Gott. Die Nita wird sich jetzt geholt. Nice. Nice. Oh. Oh. Schmackhaft. Überlost. Ah, okay. Oh Gott, die Jessie macht das Tor. Ha. Lol. Wie sie einfach noch trollt. Auf null Trophäen. Man kennt ihn. Das war knapp. Komm, ich mache es nochmal ein bisschen spannend. Also. Ich will nochmal hier meine Ult ausprobieren. Jetzt. Juhu. Juhu. Au. Au. Nein, okay. Egal. Ist egal, wir fühlen. Wir gewinnen das eh, aber... Na, hoffentlich macht der Daryl das jetzt nicht rein. Ich würde gerne eigentlich ein Tor machen. Das war gerade ein bisschen Broodring den Bären. Ah ja, ich habe jetzt die neuen Pins. Ja, stimmt. Oh. 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 Ach Gott. Gut. Mann, der Daryl soll das Gefälligst nochmal holen. So. So. Nein. Ah, egal. Ich hoffe, meine Ult ist jetzt nicht verbraucht. Nein, gleich. Ach, ist die Zeit rum. Ja, meine Ult ist verbraucht. Was? 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 Egal. Wir haben gewonnen. Nice. Dö, 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 dö. Okay. Ja, ich meine, Colette ist schon nice. Schon schmackhaft, ne? Komm, ich würde sagen, wir spielen nochmal eine Runde. Komm, Solo schau, dann rasieren wir noch einmal. So. Sketch können wir auch schon ziehen. Also, bei Surgeon war das auch so. Ich habe einfach Surgeon direkt auf Power 7 upgrade. So, holen wir uns erstmal den Dynamike. Hallöchen, wie geht's so? Ja, mir geht's auch gut. Hi. Gut. Oh, das war eigentlich schlau von Dynamike. Ich weiß nicht, ob er es gewollt war, aber... Was macht er jetzt? Was macht der? WTF? Ich will sie mit der Ulti killen. Ich will sie mit der Ulti killen. Ja, ich will sie mit der Ulti killen. Das wird jetzt nochmal eine spannende Mission. Versteck die wieder. Ah, da unten. Okay. So. Jetzt drauf. Easy. Nice. Und damit sind wir schon auf Hang 2. Hey. Ja, das ist doch mal nice. Und wir haben jetzt ganz schön viel zu tun. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich fürs Zuschauen. Und wir haben Colette gezogen. Wir haben das Gadget für Gale gezogen. Wir haben das Gadget für... Ne, die Stamper für Penny gezogen. Und den Broadpass freigeschaltet. Und das alles damit gezogen. Richtig, richtig nice. Und das heißt... Ja Leute. Da sind wir schon Rang 2. Und... Ja. Wir haben jetzt richtig viel gezogen. Und... Wenn euch solche Videos gefallen, gerne einen Daumen nach oben geben. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und ein Abo. Dann verpasst ihr keine neuen Videos mehr. Und... Livestreams natürlich auch nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.